Gewicht von Brawl Stars Charakteren erraten. Spike sieht aus, als hätte er mies viel gefressen und ist dadurch ein wenig fetter geworden. Ich schätze auf 80 Kilogramm. El Primo hat einen stämmigen Bau und könnte wahrscheinlich jeden locker zusammenschlagen. Ich schätze auf 110 Kilo. Und in 8 Bits sind vermutlich schwere Metallplatten und Schrauben eingebaut. Ich schätze auf 400 Kilo. Also immer noch nicht so schwer wie Tanzverbot.